Hallo und herzlich willkommen zum neuen Rätsel-Spaß Journey of the Rouge. Ja, wir sind ja jetzt hier bei der Spinne und wir hatten ja in der letzten Folge schon so mal ein bisschen geguckt, mit was wir hier alles interagieren können. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier rausgehen, ob die Spinne uns auffrisst oder sowas. Ähm, aber eigentlich sah die sauer aus, aber irgendwie sah sie auch schreckhaft aus. Ich weiß nicht. Guck mal, was sollen wir hier machen? Ah, da fehlt irgendwie was, scheinbar. Ah, ne Fliege. Ich hab der Spinne ne Fliege klaut. Aha? Ne. Ne. Die Fliegen müssen da in die Säcke rein. Ah, süß. Oh. Ah ja, ich glaub, wir müssen die ganzen Fliegen einsammeln. Hier ist grad was runtergefallen. Warte mal. Nee. Okay. Super. Und was machen wir jetzt mit dem Netz? Was? Nee. Okay. Dann guck mal, hier oben können wir mit was interagieren. Hier, die Kiste auch. Gehen wir doch mal zur Kiste. Aha. Okay. Im Farbeimer. Boah, das wird aber ein Rätsel, du. Na komm, ich bin fliegen lieb. Ich liebe fliegen. Okay, also. Machen wir hier mit diesen Puzzleteilen irgendwie. Nein, kommen wir nicht ran. Hier können wir noch. Ach, guck mal, da ist was zu futtern. Und, ach, guck mal, hier hoch. Warte mal. Okay. Hier. Ich weiß nicht für was. Vielleicht müssen wir da... Ah, okay. Da kommen wir nicht hoch, obwohl ich da oben was zu futtern habe. Warte mal. Können wir hier so... Joop, 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 Joop. Okay, warte mal. Hier können wir jetzt das wahrscheinlich auch nehmen. Ich habe keine Ahnung, was wir da... Futterwarner, Errungenschaft. Hardcore-Spaziergänger, ja, ja, wir sind nach... Hier ist das Ding. Nagel. Super. Na, warte mal. Warte mal, hier können wir noch... Ach so, da sollen wir nur die Fliegen rein. Okay. Gibt das sonst noch irgendwas? Nein. Da komme ich nicht ran. Warte mal. Warte mal. Eine Nadel fehlt da. Eine Nadel. Aber das Ding werden wir wahrscheinlich hier auch... Nein. Nein. Warte mal, der Nagel? Okay, also der Nagel hat Nein Ah, ja Und jetzt müssen wir das reparieren, oder? Nein Hä? Warte mal, gehen wir doch mal zur Spinne Ja gut, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht Dass wir jetzt hier irgendwie die Nicht witzig Okay Das ist schwierig, ne? Können wir noch mit irgendwas interagieren hier? Mit der Fliege hier oben Die kriegen wir aber nicht Die fliegt uns wieder runter Versteh nicht Versteh nicht Sehen wir hier noch irgendwo was? Der Eimer Farbe Was sagt uns der denn? Dass es klebrig ist Der Farbeimer ist klebrig Okay Achso, das Da kommen wir nicht hin Randrichter Hier guck mal da unten Alles Noch voll mit Spinnnetzen Okay Okay, also Das ist jetzt ein bisschen Anspruchsvoller Was haben wir denn nochmal? Wir haben Faden Ah, okay Super Müssen wir für die Fliege irgendwie schneller sein oder sowas? Wir müssen das doch Was haben wir denn? Haben wir gar keine Interaktion mehr Der Fliege ist echt nicht langweilig irgendwie Ähm Ne, warte mal So Ich verstehe gar nicht, was das hier mit der Nähmaschine hier auf sich hat Ah Nein Warum haben wir bei der Nähmaschine Dann Nadel reingemacht? Warte mal, ich kriege da eine Erklärung Hm Wir müssen doch hier mit irgendwas Die Fliege, die kommt hier runter, wenn Wir die da oben versuchen zu brüllen Das Netz, das können wir gar nicht mehr benutzen irgendwie Hier können wir auch nichts machen Ja Nein Okay, hat jemand eine Idee? Guck mal, wie wir jetzt Hier so gucken Keine Idee? Hat niemand eine Idee? Wir müssen irgendwie was Übersehen Mal gucken, wir mal hier Also wir haben da rangeklickt Da haben wir 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 nicht Achso, da kommt nur Die Fliege kriege ich auch nicht Das haben wir Das haben wir Stört da die Kante Ich habe ja irgendwie den Verdacht Dass wir hier rein müssen Weil irgendwie fehlt uns eine Interaktion Ich klicke jetzt hier einfach überall Warte mal Lass uns mal hier irgendwie Irgendwie müssen wir doch hier rein Glaub ich Warte mal hier Achso Das ist Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Ach guck mal Können wir hier hinter der Ach guck mal hier, wa? Achso, nee Das ist ja hier unser Gang Können wir hier durch die Tür? Mal so ganz Achso Achso, das ist ja dieser Raum da Okay Hm Ja, was machen wir denn jetzt? Brauchst du sowas? Hä? Ja, was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da?